Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 213. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress. Hallihallo, 213, das muss was bedeuten. Entweder diese Sendung wird besonders toll oder ganz, ganz furchtbar. Naja, wenn man die 1 und die 3 zusammenzählt, hat man eine 4. Wenn man dann noch die Zahlen umstellt, hat man die 42. Darüber könnt ihr euch dann mal Gedanken machen. Eigentlich sollte diese Folge am Sonntag erscheinen bereits, also vor zwei Tagen. Das ging im Wesentlichen wegen dem öffentlichen Personennahverkehr und dir nicht, Alexa. Das können wir nachher nochmal erzählen, weil an dieser Folge auch ein Gewinnspiel hängt. Und für all diejenigen, die sagen, ich höre das auf, haltet diese Episode. Das könnt ihr natürlich gerne tun, zeitsouverän. Aber wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, solltet ihr diese Episode zumindest mal kurz zum Ende skippen und überlegen, ob ihr daran teilnehmen wollt. Weil der Einsendungsschluss für das Gewinnspiel der 2. September ist. Also jetzt der kommende Sonntag, wenn ihr das jetzt hört. Und da geben wir eben jetzt schon mal am Anfang den Hinweis, wenn ihr das nach dem 2. September hört, könnt ihr euch zurücklehnen. Und dann hat Alexander Geschichte jetzt für euch vorbereitet. Ein Gebiet, was mich im Moment persönlich ziemlich interessiert und fasziniert, ist das Thema Architektur. Und zwar im Besonderen, wie sich die Architektur auf die künftigen, leider zu erwartenden Klimaveränderungen einstellen kann und muss. Das ist mir neu. Du guckst mich gerade an wie ein Auto. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu viel im Büro. Wir haben nicht so viel Zeit zu reden. Ja, wir reden ja nie miteinander. Das ist ganz schlimm. Ja, da bin ich ja mal fasziniert. Da müssen wir erst mal podcasten, um sowas zu erfahren. Dann machen wir weiter Platz. Zurück zur Story. Und ich finde besonders solche Projekte wie bepflanzte Hochhäuser, die Gartenstädte der Zukunft, Dachbegrünung und ähnliche Dinge, finde ich faszinierend. Berlin überlegt, ob man nicht das Wasser als Lebensraum viel, viel besser nutzen kann und sollte. Das sind also alles ganz, ganz spannende Dinge. Wir begeben uns jetzt aber zu einem Themenbereich der Architektur, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein scheint und wir begeben uns außerdem in die USA und nach Russland und zu Donald Trump. Es geht um den Baustoff Asbest und die Story, die ich euch erzählen will, dreht sich schlicht und ergreifend darum, um die Behauptung, dass eine russische Asbest Mining Company auf ihre Produkte, weil Donald Trump sie so hochhält und bewirbt und glorios findet, sein Gesicht gedruckt hat, sein Konterfei, also das Konterfei des amerikanischen Präsidenten auf russischem Asbest. Ist das eine Vorstellung, die euch total unglaublich vorkommt oder würdet ihr mir da folgen und sagen, ja, wir leben in Zeiten, da ist einfach alles möglich? No collusion, kann ich dann so sagen. No collusion at all. Und ihr könnt euch vorstellen, worüber Alexander und ich heute Abend reden werden, wenn die Aufnahme vorbei ist. Über Architektur. Ja, und bepflanzte Hochhäuser. Aber das machen wir jetzt nicht in der Sendung, sondern wir machen erstmal weiter. Thema der Woche. Wer die sozialen Netzwerke verfolgt hat, also insbesondere unsere Huxilla-Kanäle auf Twitter und Facebook, das können wir euch sowieso empfehlen, da nochmal jeweils auf Like oder Follow zu klicken. Ihr habt mitbekommen, dass Alexa Anfang August in der Sendung Kompressor von Deutschlandfunk Kultur zu Gast war als Expertin. Und es ging darum, dass Alex Jones, wer das ist, werden wir nachher noch ausführlich erklären, von verschiedenen sozialen Netzwerken verbannt worden ist. Und wir haben das eigentlich zum Anlass genommen über das Thema Alex Jones und vor allen Dingen auch nochmal über das Thema Verschwörungstheorien und verbreitende Verschwörungstheoretiker. Also Menschen, die tatsächlich aktiv Verschwörungstheorien verbreiten. Also Distributoren. Distributoren, genau. Nochmal zu sprechen und wollen heute mit euch über Alex Jones und sein Portal Infowars, er hat noch andere Internetseiten, aber das ist sein bekanntestes Portal, sprechen. Für all diejenigen, die Alex Jones nicht kennen, da machen wir gleich eine kleine Einführung. Alle anderen, die ihn kennen, vielleicht erfahrt ihr da auch noch das ein oder andere Neue und wollen dann auch ein wenig den Bogen schlagen, was die Besonderheit von Alex Jones ist und vielleicht ein bisschen vergemeinern, was es mit so Persönlichkeiten wie Alex Jones auf sich hat. Alexa, Alex Jones, für all diejenigen, die ihn nicht kennen. Ja, zunächst einmal ist er mein Jahrgang, 1974, geboren in Texas. Man glaubt das aber gar nicht. Ja, aber ich finde, so alt sieht er nicht aus mit seinem Babyface, wie auch immer. Geboren in Texas. Er hat angefangen schon recht früh als Lokal-TV-Moderator kurzfristig und dann vor allen Dingen als Radiomoderator und hat eigentlich schon von Beginn dieser Karriere an recht kontroverse Themen vertreten. Er lässt sich selber immer sehr, sehr ungern politisch einordnen und vielleicht lässt er sich auch gar nicht so einfach politisch einordnen, wie es auf den ersten Blick scheint. Aber es gibt so ein paar Eckpunkte, die sozusagen in seinem Universum die Säulen bilden, die man ganz gut umreißen kann. Also er ist auf jeden Fall jemand, der absolut pro Waffenbesitz ist und absolut gegen Gun Control. Er ist jemand, der mit einem tiefen Misstrauen gegen die Regierung ausgestattet ist und das scheint auch schon von frühester Zeit an so gewesen zu sein. Und jemand, der eben, also man ist ja immer so ein bisschen schwer in der Lage einzuordnen, ob er das alles, was er verbreitet, selber glaubt oder ob er das eben nur geschickt ausnutzt, wie wir dann später noch ausführen werden, auch zur persönlichen Bereicherung. Wenn er das alles glauben würde, was er so verbreitet, dann wäre er jemand, der von Paranoia getrieben ist, also zutiefst verstrickt in die Befürchtung, dass an jeder Ecke jemand lauert, der ihm Böses will, entweder von der Seite der Regierung oder eben auch von anderer Seite. Wir können es ganz kurz mal ein wenig zusammenfassen. Also du hast gerade schon gesagt, er ist großer Freund der NRA, also der Waffenlobby in den Vereinigten Staaten und das, was ihn auszeichnet, ist eigentlich, dass er eine Internetseite hat, auf der Videos dreht und ja, wie ein Nachrichtensender agierend, also relativ professionell sieht das aus. Das sieht aus wie so ein Nachrichtenstudio, wenn man da nicht genau hinschaut, mit einer vernünftigen Kulisse und auch einem guten Blue Screen, den er da hat inzwischen, also wie so ein Nachrichtensprecher. Und dann sitzt er sehr, er fängt in der Regel ruhig an und wird dann sehr, sehr emotional in dem, was er so verbreitet. Und was er verbreitet, ist zum Beispiel die Tatsache, dass die allermeisten Highschool-Shootings oder Armokläufe in den Vereinigten Staaten für ihn orchestrierte Aktionen sind, der Liberalen, die wollen, dass es mehr Gun Control gibt. Also das ist zum Beispiel eines der Themen, was ihn sehr stark umtreibt. Genau, wenn wir da sind, dann müssen wir auf jeden Fall sprechen über das Sandy Hook Elementary School Shooting von 1996. Das machen wir nachher, weil das auch wahrscheinlich nochmal eine große Relevanz hat für die sozialen Netzwerke, aber nur mal so, dass ihr ein Beispiel bekommt für das, wofür Alex Jones steht. Er ist natürlich der festen Überzeugung, dass der 11. September von der US-amerikanischen Regierung orchestriert worden ist. Die Bomben in Oklahoma City sind aus seiner Sicht auch eine Aktion der Regierung und natürlich waren die US-Amerikaner nicht auf dem Mond, sondern das war eine Verschwörungstheorie der NASA, um Geheimtechnologie zu verstecken. Eine Verschwörungstheorie, die sehr tief in ihm verwurzelt ist und das auch schon seit Beginn seiner Karriere ist die Angst vor der New World Order. Also vor einer globalen Bewegung verschiedener Regierungen, die sich verschwören miteinander, um dann die Geschicke der Welt zu leiten und natürlich auch eine Weltordnung zu schaffen, in der freidenkende Menschen, zu denen sich Alex Jones auf jeden Fall selber zählt, keinen Platz mehr haben. Also die im Prinzip so etwas wie eine globale Diktatur erschaffen wollen und das ist ein ganz interessanter Punkt, denn wenn man sich mal diese New World Order Verschwörungstheorie genauer anguckt, dann ist die in einer Zeit und in einer Szene entstanden, die auch für Alex Jones persönliche Entwicklung eine relativ große Rolle spielt. Nämlich in einer sehr, sehr politisch rechtsgewandten und sehr evangelikal-religiös geprägten amerikanischen, in einem solchen Setting. Also die große Angst vor dem Kommunismus, also die Red Scare spielt eben da eine Rolle bei der Entstehung dieser Angst vor der New World Order und auf der anderen Seite gepaart mit der Angst vor dem Kommunismus die Angst vor einem atheistischen, also religionslosen, gottlosen Staat. Einhergehend natürlich auch mit ganz klar anti-jüdischen Tendenzen, weil die NWO in der Regel dann recht schnell am Ende doch bei der Finanzierung auch dieser Aktivität landet und da hat man dann immer diese anti-jüdischen Tendenzen, über die wir hier auch schon mehrfach berichtet haben. Auch das gehört zu dem Komplex natürlich dazu. Also der Antisemitismus bei Alex Jones ist immer eher so ein bisschen subtil und versteckt. Der schwingt natürlich in all diesen Dingen mit zwischen den Zeilen, aber er ist jetzt niemand, der sich offen in seinem Kanal hinstellt und antisemitische Parolen predigt, das nicht. Aber dieser religiöse Zusammenhang berührt noch einen anderen Punkt in seinem Leben. Ganz früh in seiner Karriere hat er versucht, im Gedenken an die Opfer der Waco-Belagerung in Texas, da ging es um Sektenmitglieder, die sich verschanzt haben in einem Einkaufszentrum, was dann von der Polizei belagert wurde und dann hat es auch Tote gegeben. Also im Gedenken an die Opfer dieser Sektenbelagerung wollte er eine neue Kirche errichten für die sogenannten Branch Davidians, also eine urbiblische, religiös geprägte Sekte, die sich irgendwann mal dann unter der Führung von David Koresh befunden hat, den er wohl sehr verehrt. Jedenfalls wollte er sich da irgendwie engagieren, hat auch ganz oft verbreitet, dass das ja alles eigentlich Unschuldige waren, die irgendwie von der Polizei niedergemetzelt wurden und hat sich da also nicht gerade mit Ruhm bekleckert, als er diese Menschen so positiv hervorgehoben hat. Kurz und gut, wir werden da vielleicht am Ende nochmal drauf kommen bei der Frage, was für ein Mensch ist Alex Jones eigentlich und was für ein Mensch ist er vor allen Dingen in Bezug auf das Verteilen von Verschwörungstheorien? Also ist er eigentlich eher ein politischer Mensch oder vielleicht doch was anderes? Aber das soll vielleicht hier schon mal so als Vorabinfo genügen. Und was man auch nochmal sagen kann, da kommt dann so eine leicht gruselige Parallele jetzt auch mal schon auch zu Deutschland auf. Alex Jones ist auch jemand, der im Prinzip so eine Theorie der Umvolkung des amerikanischen Volkes propagiert. Also die große Sorge dafür, dass Immigranten Amerika unterwandern würden und da sind wir natürlich auch schon bei so Mustern, die wir aktuell ja auch in der deutschen Debatte in dem nationalistischen rechten Umfeld, was sich hier gerade ja in Deutschland auch ordentlich Gehör verschafft, propagiert werden. Also da eine Parallele und der White Genocide, der da betrieben wird, also quasi die Ausrottung der weißen amerikanischen Bevölkerung und da gibt es dann, das werden wir vielleicht nachher auch nochmal ausführlicher machen, natürlich Parallelen zu den gewissen Ansichten von glühenden Trump-Anhängern. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass Trump selber das vielleicht so offen kommuniziert, aber seine Anhänger tun es mit Sicherheit. Warum ist Jones jetzt eine besondere Persönlichkeit? Und da kann man einfach sagen, dass seine hauptsächliche Internetseite, seine Domain, die er hat, infowars.com, so heißt diese Internetseite, ungefähr im Monat, so wird es zitiert, 10 Millionen Besucher hat. Und wenn man das dann vergleicht, dann sind das ungefähr so viele Besucher wie die Internetseiten von The Economist oder auch Newsweek haben, also reale, echte journalistische Portale, die journalistisch arbeiten. Und Alex Jones hat mit seiner Verschwörungstheorie getriebenen Internetseite eh nicht viele Besucher. Das zeigt also den Impact von Alex Jones an, im insbesondere englischsprachigen Raum, nicht nur Amerika, sondern weltweit gibt es Fans von Alex Jones und seinen Theorien und deswegen ist er sicherlich so eine Leuchtturmpersönlichkeit im negativen Sinne, muss man aber sagen. Ja, wenn wir es jetzt gerade schon mal ansprechen, vielleicht auch an dieser Stelle schon mal, also man kann vielleicht sagen, Alex Jones ist jetzt niemand, der sozusagen selber die Informationen sich aus der Luft greift und ausdenkt. Das tut er manchmal in Details, aber er nimmt vor allen Dingen Dinge, die im Netz sowieso schon herumgeistern, verdichtet sie nochmal, macht daraus Schlagzeilen und verpackt es vor allen Dingen in Formate, die gerade bei jüngeren Leuten wahnsinnig gut ankommen. Das heißt also, er ist ein moderner Geschichtenerzähler, der es gerade schafft, das internetbegeisterte junge Publikum anzusprechen und dann eben in seinen Bann zu ziehen und im Prinzip macht er das so mit den Verschwörungstheorien, die sind so zahlreich, vielschichtig und aus so vielen Themenbereichen. Es gibt eigentlich kaum etwas, zu dem er nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie hat. Es steht im Internet, kann man nachlesen im Rational Wiki, in einem Artikel über Jones, wenn Alex Jones pupsen würde, nachdem er Bohnen gegessen hat, würde er eine Verschwörung der Bohnen, der Dosenbohnenindustrie wittern. Also so nach dem Motto, alles was irgendwie in seinem Leben stattfindet, ist Teil irgendeiner Verschwörungstheorie und lässt sich irgendwie da auf irgendwelche schuldigen Menschen zurückführen. Er macht das also nach Prinzip Gießkanne. Das heißt, er kippt eine riesige Menge an Verschwörungstheorien ins Internet, so nach dem Motto, irgendein Tropfen wird schon auf fruchtbaren Boden fallen und dann wird ein zartes Pflänzchen einer Verschwörungstheorie wachsen und gedeihen. Und selbst wenn er dann irgendwann mal zwischendurch, was durchaus passiert, Dinge zurücknehmen muss, wie zum Beispiel im Falle von Pizzagate, haben wir ja auch schon im Podcast ab und zu mal angesprochen, dass er sich dann hinterher sogar entschuldigen muss, öffentlich, dafür, dass er solche Verschwörungstheorien verbreitet, diese Dementi, die kommen eigentlich nie bei den Leuten an. Das heißt, die werden viel weniger verbreitet natürlich als die Verschwörungstheorien, die er vorher ins Netz gekippt hat. Insofern verpufft dann dieser kleine Erfolg und selbst wenn Alex Jones sich morgen hinstellen würde und sagen würde, Leute, es tut mir leid, seit 1999, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, habe ich euch auf Infowars und in meinen Sendungen Quatsch erzählt, würden die Leute das nur wieder in eine neue Verschwörungstheorie einbauen und der Effekt wäre gleich null. Wer sich Jones anschaut und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, ihn hier zu Wort kommen zu lassen in unserem Podcast. Ich habe auch überlegt, ja. Das könnt ihr euch dann im Zweifelsfall selber anhören und sein Werf und das ist wie eine Predigt von der Kanzler, zum Teil sind seine Videos zwei bis drei Stunden dann auch lang, die er da ins Netz stellt. Mit Schreien und Heulen und Zähneklappern. Ja und man kann sich ja also vorstellen, wenn er in der Pizzagate-Angelegenheit die Planet-Ping-Pong-Pizza-Kette diffamiert, als Kinderschänder darstellt und all die Versatzstücke, die man zu diesem Thema im Netz findet und das nicht nur einmal, sondern mehrfach macht und gleichzeitig damit auch nochmal ja im Wahlkampf damals Hillary Clinton als Dämonin tatsächlich propagieren wollte. Und wenn man weiß, dass er aus dem religiösen Kontext kommt, also nicht Obama auch aus dem religiösen Kontext, sondern sowohl Hillary Clinton als auch Barack Obama sind für Alex Jones Dämonen. Und zwar nicht im übertragenen Sinne, sondern im eigentlichen Sinne, mit Schwefelgur und allem. Und das tut er also ausführlich und dann irgendwann ist der Besitzer von Planet-Ping-Pong zu seinen Anwälten gegangen und dann kriegt er ein Schreiben und das amerikanische Rechtssystem mag ich nicht beurteilen, aber so wie ich es gelesen und recherchiert habe, war es dann so, dass zunächst mal dieser Besitzer der Pizzerie um eine Entschuldigung gebeten hat, um eine öffentliche. Das muss man tun, bevor man sowas wie üble Nachrede in den Vereinigten Staaten anzeigen kann. Und als quasi klar war, dass er, wenn er jetzt nicht zurückrudert, sehr, sehr viel Geld bezahlen muss, weil auch das wissen wir in den Vereinigten Staaten, sind natürlich die Streitwerte vor Gericht deutlich höher als bei uns. Dann kommt ein Dementi, aber natürlich sind ganz viele andere Sachen schon gesagt worden und dadurch, dass zehn Millionen Menschen im Monat auf diese Homepage kommen, also eine schier unglaubliche Zahl natürlich, wenn man darüber nachdenkt, und die sich da wieder bedienen an diesen Verschwörungstheorien, wird natürlich dann deutlich, wie schnell sowas dann im Netz oder ins Netz hinein diffundiert. Und damit Alex Jones sicherlich ein ganz prägnanter Distributor, so hast du es gesagt, Alexa von Verschwörungstheorien. Und man muss sagen, er kommt aus dem journalistischen Kontext, das heißt, er weiß sehr wohl, wie er medial auftreten muss. Es war ja auch so, wir können nicht ganz auf seine gesamte Biografie eingehen, dass er sogar für Fernsehsender gearbeitet hat, er hat fürs Radio gearbeitet, hat diese Jobs dann nach und nach verloren, weil die Ansichten zu extrem wurden. Und dann ein Sender nach dem anderen gesagt hat, ich glaube, wir müssen uns jetzt mal voneinander trennen. Und dann ist er irgendwann ins Netz gegangen, war sicherlich sehr, sehr früh im Netz aktiv und hat da die neuen Medien genutzt für seine Zwecke. Und wie du schon gesagt hast, also Pizzagate ist eine der Geschichten. Es gibt mehrere Dementis, die er machen musste, wo es immer so war, dass er kurz bevor er richtig viel Asche zahlen musste vor irgendwelchen Gerichten, dann Dementi abgegeben hat, was für diejenigen, deren Ruf er geschädigt hat, natürlich nicht viel gebracht hat. Ja, Alex Jones, er ist in den deutschen Medien so ein bisschen als Kettenhund von Donald Trump bezeichnet worden. Und in der Tat spielen viele der Verschwörungstheorien, vor allen Dingen, wenn sie sich gegen die Demokraten richten, wie du ja gerade geschildert hast, natürlich Donald Trump und seinen Anhängern in die Karten. Angeblich habe auch Donald Trump sich persönlich bei Alex Jones nach seinem Wahlsieg bedankt. Das behauptet er zumindest selber, ist nicht nachprüfbar, ob das stimmt oder nicht. Insofern besteht da auf jeden Fall eine Verbindung und dann würde das natürlich alles, was wir bisher so geschildert haben, schon darauf hindeuten, dass er sich in den erzkonservativen bis far-right-Kontext politisch einordnen lässt in den USA. Es gibt aber auch so ein paar Dinge, die er kolportiert, die so ein bisschen sogar in eine politisch andere Richtung deuten, beziehungsweise sich ganz aus dem politischen Kontext herausbewegen. Er ist ein Impfkritiker, das sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen. Also alles, was mit dem Thema Impfen zu tun hat, wird auch bei ihm durchaus negativ beleuchtet. Und natürlich auch da in den Kontext Verschwörungstheorien gesetzt. Er wendet sich gegen Fluoride, auch da hat er Verschwörungstheorien bei der Hand. Und diese ganzen gesundheitsbezogenen Verschwörungstheorien helfen ihm dabei, seine eigenen Mittelchen und Pillen, die er auf seiner eigenen Seite praktischerweise vertreibt, an den Mann oder die Frau zu bringen. Denn jetzt kommen wir schon mal wieder dahin, man könnte ja bisher ja sagen, durchgeknallter Journalist aus dem extrem rechtskonservativen Kontext, Alexa, du hast es gerade gesagt, immer wieder gibt es so Stimmen aus dem Trump-Umfeld. Und da ist ja heutzutage wirklich schwer zu beurteilen, was ist dran. Die dann sagen, ja, man würde Donald Trump auch dringend empfehlen, nicht öffentlich mit Alex Jones zu kommunizieren. Das impliziert dann, dass sie es tun, nicht öffentlich. Aber da stecke ich natürlich auch viel zu wenig im amerikanischen System drin. Wer Aussagen über den US-amerikanischen Präsidenten tätigt, ist dicht genug dran, um das zu beurteilen. Aber es wabert so ein Stück weit mit. Und natürlich diese White-Genocide-Geschichte passt natürlich genauso in das Wahlkampfthema von Trump mit der Mauer um Mexiko herum, weil die Hispanics böse, böse machen ganz Amerika kaputt. Und also da gibt es eine Verzahnung. Man könnte sagen, das ist ein durchgeknallter Waffenlobbyist. Auch da müssen wir gleich nochmal dann eingehen, wenn wir nochmal auf die sozialen Netzwerke kommen, der einfach jetzt sein Ventil gefunden hat. Und es gibt halt im Monat 10 Millionen Spinner, die sich das anhören wollen, was er tut. Aber, und da kriegt es wirklich nochmal ein Geschmäckle, er hat ein richtiges Geschäftsmodell entwickelt. Und dieses Geschäftsmodell ist tatsächlich, dass er ja im Prinzip Nahrungsergänzungsmittel vertreibt. Und fluoridfreie Zahnpasta vor allen Dingen. Und das auch in seine Sendung einbaut. Und dann jetzt wird es langsam auch verrückt. Also er propagiert auch so dieses Bild der Schlafschafe mitunter mal gerne in seiner Sendung. Genau, diejenigen, die sich mit David Icke und den Reptiloiden beschäftigt haben, wissen jetzt wahrscheinlich, was gemeint ist. Die Schiepel. Ja, und seine Produkte helfen dabei, die Gehirnaktivität zu steigern, um dann aufzuwachen aus der Einlullung der Medien. Also wenn es das Wort Lügenpresse in den Vereinigten Staaten geben würde, würde er das vielleicht zehnmal am Tag. Wird das nicht teilweise sogar schon übernommen? Ja, mag sein. Also das hat er schon behauptet, bevor wir das Wort Lügenpresse kennen. Also Trump würde sagen, die Fake News Media. Die Fake News Media, das ist ein ganz großes Thema von Alex Jones. Und mit seinen Produkten ist man also in der Lage, da durchzublicken. Und das ist sehr, sehr gut und sehr zu empfehlen. Und seine ganze Familie nimmt das. Und wenn man sich also so ein Videostream mal von ihm anguckt, immer in so einem Nebensatz. Aber es taucht kontinuierlich auf, diese Produkte. Und natürlich, wie du schon sagst, kann man die ganz einfach über seine Internetseite bestellen. Und es gibt einen Spiegelartikel, also einen englischsprachigen Artikel, der auf Spiegel Online erschienen ist, der tatsächlich berichtet aus dem letzten Jahr, dass ungefähr zwei Drittel der Einnahmen von Alex Jones tatsächlich über diese Nahrungsergänzungsmittel passieren. Und wenn man sich vorstellt, dass zehn Millionen Menschen im Monat auf die Internetseite gehen und da wahrscheinlich dann eine Summe X sich dieses Zeug bestellen, dann kann man sich vorstellen, dass er da offensichtlich ganz, ganz gut von leben kann. Es gibt auch eine Medizin-Analysefirma, die sich diese Produkte mal angeschaut hat. Und er hat zum Beispiel, was er vertreibt, ist ein Survival-Shield. Das klingt ja erstmal total gut. Das wurde dann untersucht und man hat festgestellt, da ist halt Jod drin, was dann die Leute einfach zu sich nehmen. Das ist jetzt nicht sonderlich schädlich, aber einfach mal Jod zu sich nehmen, bringt auch nicht so wirklich viel. Aber wo du gerade Survival-Shield sagst, also dieses Predigen von Armageddon und Krise, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil seines ganzen Vorgehens. Also auf der Seite Prison Planet, was eine andere Seite ist, die er betreibt neben Infowars. Da heißt die Finanzabteilung oder der Finanzreiter, unter dem dann die Meldungen zu finden sind, nicht irgendwie Money oder Business oder was weiß ich, sondern Financial Crisis. Das heißt also, es wird die Krise gepredigt noch und noch. Das erinnert übrigens an die Amtsantrittsrede bei der Vereidigung von Donald Trump, wo er ja sozusagen Amerika in den schwärzesten Farben gemalt hat. Übrigens auch natürlich Regierungsprogramm unter Bush 2 sozusagen, das Gefahrenpotenzial ganz nach oben drehen, um dadurch dann Bürgerrechte außer Kraft zu setzen, um quasi in der Lage zu sein, ganz andere Überwachungsmethoden durchzuführen. Post 9-11. Post 9-11. Also genau, Gefahrenpotenziale, Ängste schüren, all das tun. Genau das, was Alex Jones perfekt beherrscht inzwischen. Genau. Also er vertreibt diese Pillen. Das macht einen ziemlichen Teil seines Einkommens aus. Und es lässt ihn nochmal in so einem leicht anderen Licht schillern. Er hat 2017 einen Gerichtsprozess gehabt, bei dem er das Sorgerecht für seine Kinder verloren hat, weil er psychisch instabil sei. Vorwurf seiner Frau, muss man jetzt sagen. Vorwurf seiner Frau. Genau, sein Anwalt hat versucht, den Leuten klarzumachen, dass ja Alex Jones nur eine Kunstfigur sei. Hätte vielleicht auch geklappt, wenn er sich vor Gericht nicht so total merkwürdig verhalten hätte. Also er muss da wohl Grimassen geschnitten haben, wild gestikuliert haben. Und gesagt haben, he's the fucking real Alex Jones und er ist keine Kunstfigur. Er ist also quasi sein Anwalt in den Rücken gefallen. Genau, also das hat überhaupt mal gar nicht funktioniert. Und insofern, ja, wie stuft man jetzt diesen Menschen ein? Er ist sicherlich nicht eine durch und durch politische Figur. Er ist vielleicht jemand, den Politiker eines gewissen Lagers sich zunutze machen können, dessen Informationen sie sich zunutze machen können oder zumindest Teile davon, wenn sie ihn nützen und in die Karten spielen, das sicherlich. Aber er kommt einem selbst vor wie eine Art Sektenguru, weil ihm nämlich vor allen Dingen wohl wichtig zu sein scheint, seine Community um sich herum zu versammeln, die Leute an sich zu binden und dann eben auch einen gewissen Einfluss auszuüben. Das hat für mich, und da habe ich in den letzten Tagen so ein wenig drüber nachgedacht, während wir uns auf die Episode vorbereitet haben, ich habe mal so für mich gedanklich die Analogie gehabt, wenn das Neu-Schwabenland-Forum erfolgreicher gewesen wäre, weil genau die ganzen Ressentiments und Verschwörungstheorien, die Alex Jones verbreitet haben, sich auch im Neu-Schwabenland-Forum um Dr. Axel Stoll seinerzeit gebildet. Die waren halt nur nicht erfolgreich. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass dort plötzlich so ein Knall stattgefunden hätte und sie in ein Umfeld gekommen wären, so einen Mediakanal zu benutzen. Ich meine, die haben YouTube benutzt, aber das ist sozusagen, Alex Jones ist das Neu-Schwabenland-Forum auf Speed. Auf Speed, natürlich, genau. Und auch da muss man ja ganz klar sagen, diejenigen, die vor Ort dann das miterlebt haben, mit denen wir auch zum Teil, ich will jetzt nicht sein Undercover, aber im Informationsauslausch gestanden haben, haben ja durchaus berichtet, dass es auch darum ging natürlich, Bücher zu verkaufen. Das heißt, da wurden ja dann auch von Dr. Axel Stoll oder auch von anderen Mitgliedern selbst, also die eigenen Bücher, das waren dann eben kopierte und mit Ringbindung im Copyshop gemachte Bücher, zum Teil für 50 Euro zu verkaufen und damit dann wieder eine Woche leben zu können für das im Wesentlichen oft Hartz-IV-geprägte Umfeld, was da im Neu-Schwabenland-Forum gesessen hat. Also auch da schon so eine Art Geschäftsmodell und wie du jetzt gerade sagst, auf Speed extrapoliert 10 Millionen Menschen weltweit Alex Jones. Und jetzt muss man sagen, wir haben häufig schon gerade auch in Interviews und Radiobeiträgen, wer die dann von uns verfolgt hat, immer unterschieden in zwei Formen von Verschwörungstheoretikern. Nämlich die einen, und das ist sicherlich die Majorität, die Verschwörungstheorien rezipieren, also aufnehmen, nicht kritisch genug sind, nicht genug Abwehrkräfte haben, wie man es auch immer formulieren will. Oder einfach fasziniert sind davon und dann irgendwie in diesen zurückgeraten. Um diese Dinge kritisch und wissenschaftlich fundiert zu entkräften, die sie da hören. Sicherlich die tragischen Figuren. Und dann gibt es aber immer wieder diese Leuchttürme von Distributoren, von Menschen, die bewusst, und dann ist es auch egal, ob sie selber dran glauben oder nicht, Verschwörungstheorien verbreiten und propagieren. Und da ist Alex Jones sicherlich ein Paradebeispiel, der ja nichts Neues erfindet, wie ja sowieso fast alle Verschwörungstheorien uralt sind, wenn man drüber nachdenkt. Also Impfkritik gibt es seit Dekaden. Der 11. September ist sicherlich so ein Wendepunkt nochmal. Wir haben da schon drüber gesprochen, mit dem mehr verfügbaren Internet, mit der Möglichkeit, selber Inhalte ins Netz zu stellen. Sicherlich so ein Flammpunkt in der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Aber die New World Order ist eine uralte Geschichte. Viele, viele andere Theorien, die er verbreitet sind. Illuminati, Freie Maurer, Bilderberger. Das hat er alles drin. Das hat er alles drin. Und quirlt es durch, macht es aktueller. Und jetzt kommen wir aber an einen Punkt, der ihm das Genick gebrochen hat. Und da sind wir... Vielleicht, bevor wir dahin kommen, nochmal, ich würde sogar in dieser Kategorie der Distributoren, die also die Verschwörungstheorien verbreiten, nochmal unterscheiden, an den Personen Alex Jones und Steve Bannon. Weil ich finde, im Grunde genommen gehört Steve Bannon auf jeden Fall auch in die Kategorie derjenigen, die Verschwörungstheorien verbreiten und sich zum Nutzung haben. Jetzt musst du für unsere Hörer ganz kurz sagen, weil du unfassbar viel dich Amerika beschäftigst. Genau, der Ex-Breitbart-Chef, der sogar für eine gewisse Zeit, bis er sich mit ihm verkracht hat, Donald Trump ins Weiße Haus folgen durfte. Der jetzt aber inzwischen sich offiziell losgesagt hat von Donald Trump und so sein eigenes Süppchen wieder kocht und neuerdings, das sind jetzt wirklich so die Entwicklungen dieses Jahres und der letzten Monate und Wochen, eine Bewegung von Nationalisten in Europa vorantreiben möchte. Also es ist da eine Stiftung gegründet worden von einem Herrn Mudrikam und Steve Bannon möchte also mit dieser Stiftung zusammenarbeiten und den Nationalismus in Europa fördern. Und The Movement soll eben die vielen kleinen Bewegungen, die es ja in Europa leider schon gibt, sozusagen nochmal unter einem Dach vereinen und da vielleicht auch größere Aktionen planen und vor allen Dingen einen großen Einfluss auf die Europawahl 2019 ausüben, um den Nationalisten und rechtsgerichteten Politikern im Europaparlament Vorschub zu leisten. Und da an dieser Stelle wirklich meine dringende Bitte an euch, auch Europawahlen sind wichtige Wahlen, da sollte man auf jeden Fall nicht einfach... Demokratisch wählen? Ja, bitte, bitte Leute, ehrlich. Also beteiligt euch, informiert euch, macht was, weil jetzt ist die Zeit, wenn ihr an Demokratie hängt. Genau, jetzt ist Zeit, was zu machen, bald wird es vielleicht schwierig. Und man kann einfach nochmal erwähnen, damit man ein Gefühl für Steve Bannon bekommt und seinen Movement, er hat sich bereits im März 2018 mit Frau Weidel und Beatrix von Storch getroffen. Ja, wobei, genau, hat sich getroffen, wobei jetzt, das ist das Neueste, die AfD sagt, sie möchten sich nicht von The Movement vereinnahmen lassen, weil sie wollen auf jeden Fall unabhängig bleiben und irgendwie Einfluss von außen ist nicht. Aber es haben da auf jeden Fall Treffen stattgefunden und natürlich hat er seine Fühler überall hin ausgestreckt. Le Pen auf jeden Fall. Und insofern ist er viel unterwegs, um da irgendwie Werbung zu machen. Die Frage ist, wie viel ihm da gelingen mag, aber man sollte auf jeden Fall nicht den Fehler machen, ihn zu unterschätzen, weil er ist jemand, der als Ex-Breitbart-Chef, also Breitbart auch ein Newsportal, was Fake News und Verschwörungstheorien verbreitet. Also ein bisschen wie Russia Today mit einem anderen Vorzeichen so, aber. Also man sollte auf jeden Fall ihn nicht unterschätzen und vor allen Dingen auch nicht sein Know-how, was das politische Zündeln angeht. Genau, da haben wir jetzt jemanden, schön, dass du das nochmal so herausgestellt hast, der also auf der politischen Ebene mit eher Fake News und Manipulationen den auflammenden Nationalismus und Rechtspopulismus, so muss man es ja sagen, ganz geschickt nutzen will, mit einer politischen Agenda, die wie auch immer ist, da könnte man sagen, das ist eher so die Idee einer NWO, einer konzertierten Aktion, was natürlich extrem schwierig ist. Und Alex Jones, ob der wirklich ein politisches Ziel am Ende hat, weiß man nicht. Also im Wesentlichen wird er sicherlich daran interessiert sein, seine Produkte zu verkaufen. Und jetzt machen wir nochmal einmal zum Ende so ein wenig den Bogen auf die sozialen Netzwerke. Denn ich habe eingangs schon mal erwähnt, dass er als Waffenlobbyist in den Vereinigten Staaten im Prinzip zu jedem Amoklauf, der in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat, immer wieder die Aussage hat, dass es ein orchestriertes Ding war. Von der Regierung sind letztendlich die Schüsse abgegeben worden, um immer wieder die Waffenlobby zu diskreditieren. und eine dieser Aktionen, das Sandy Hook Massaker. Ich hatte vorhin gesagt, 1996 ist völliger Bullshit. Das war 2012. Immer so, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich eine Sache, die eben in Bezug auf die sozialen Netzwerke das Genick gebrochen hat. Vielleicht ganz kurz, Alexa, magst du ein paar Worte zum Sandy Hook Massaker sagen? Nur ganz grob, dass die Leute eine Vorstellung haben. Ja, es hat ein 20-Jähriger am 14. Dezember 2012 in Newtown, Connecticut, 20 Kinder zwischen 6 und 7 Jahren erschossen. Also ein... Wrong! 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 Nobody died in Sandy Hook! Und das ist aber genau bei dem, was Alex Jones propagiert. Genau, und das kommt der Art und Weise schon ziemlich nah. Da zuckt man erstmal zusammen. Ich hab mir den hier angeguckt. Ja, furchtbar. Nobody died in Sandy Hook! Ja, also es ist schlimm, dass ich jetzt lache, aber ich bin so überrascht von deinem Ausbruch gerade. Also eine ganz, ganz furchtbare Geschichte, wie sie leider, leider, leider in den USA inzwischen an der Tagesordnung ist. Also ein Mass-Shooting. Und Alex Jones und seine Anhänger sind der Meinung, das hat nicht stattgefunden. Und das Perfideste an der Geschichte, diejenigen, die dort, ja sozusagen die Opfer waren, seien Schauspieler gewesen. Und das Ganze sei also wirklich nur von denjenigen, die Gun Control fordern, also von den Liberals, Demokraten, von den Progressives irgendwie initiiert, um eben Gun Control fordern zu können. Also bei einigen sagt er, da hat das FBI selber geschossen. Und bei Sandy Hook, das ist wirklich das Perfide, sagt er, da ist niemand ums Leben gekommen. Und diejenigen, die jetzt Kinder verloren haben, man muss sich das wirklich nochmal... Ja, also vielleicht nochmal der Begriff Crisis Actor hat sich leider durch diese Verschwörungstheorien im Netz verbreitet. Also wer dem mal begegnet, also da muss ich wirklich sagen, ich bin inzwischen, wie hat es neulich jemand gesagt, handzahm geworden auf meine alten Tage. Aber da werde ich fuchsteufelswild, wenn jemand solche Dinge verbreitet, weil das einfach nur grauenvoll ist. Denn was er da behauptet, ist, dass die Eltern, die Kinder verloren haben und sich jetzt natürlich gegen Waffen engagieren in den Vereinigten Staaten und für mehr Waffenkontrollen plädieren, die bezeichnet er jetzt als Crisis Actor und sagt, ihr habt gar kein Kind verloren in Sandy Hook, weil da ist niemand gestorben. Und jetzt, ich will da gar nicht so lange auf diesem Punkt drauf rumreiten, weil da wird einem wirklich übel, wenn man da drüber nachdenkt. Und jetzt kommen wir aber an den Punkt, dass Netzwerke ja Alex Jones verbannt haben. Er ist bei YouTube rausgeflogen, er ist bei iTunes rausgeflogen, er ist bei Spotify rausgeflogen. Bei Facebook ist seine Seite vom Netz genommen worden. Vielleicht ganz kurz, also wir haben heute den 28. August 2018. Das Ganze hat sich Anfang August ereignet. Er war bei Facebook, also Ende Juli, Anfang August war das alles. Er ist bei Facebook inzwischen mit seinem privaten Profil wieder online auf jeden Fall. Also er war bei Facebook für 30 Tage gesperrt und YouTube ist, glaube ich, inzwischen zumindest teilweise wieder online. Gut, zu einordnen. Aber die haben ihn erstmal alle vom Netz genommen. Und man kann sagen, ich habe völlig verständlich, wenn einer Verschuldungstheorien verbreitet, dass man ihn dann irgendwann vom Netz nimmt. Aber das ist eben nicht die Begründung, sondern die Begründung ist, dass jetzt die Angehörigen der Orpfer von Sandy Hook gegen ihn Klage eingereicht haben, weil sie sagen, das ist unerträglich, dass er überhaupt, dass da niemand gestorben ist. Und, dass sie begonnen haben, Klagen gegen die sozialen Netzwerke anzustreben, auf denen Jones die Möglichkeit gegeben wird, diese Verschuldungstheorien zu verbreiten. Und es steht zu vermuten, dass das der Grund war, Es steht zu vermuten. Also es ist nicht die offizielle Begründung dieser Plattform. Ich verschwöre hier auch gerade. Nee, aber es spielt sicherlich eine Rolle, weil natürlich Google, Facebook und Co. Schiss haben, wenn jetzt irgendwie ein Prozess läuft, in dem auch die sozialen Plattformen irgendwie eventuell mit zum Rechenschaft gezogen werden können. Die offizielle Begründung ist eben tatsächlich nicht das Verbreiten von anderen Meinungen oder Verschwörungstheorien, sondern die Hetze gegen Minderheiten und der Aufruf zur Gewalt. Also das ist sicherlich das Entscheidende, was da eine Rolle gespielt hat. Man kann sich natürlich fragen, warum das jetzt eben erfolgt und nicht schon irgendwie vor Jahren passiert ist. Aber auf jeden Fall hat er jetzt sozusagen den Bogen überspannt, was das Gewaltpotenzial wohl angeht. Also er hat zum Beispiel ein Video gemacht, wo er Robert Mueller, den Special Investigator, erwähnt und hat dann irgendwie so eine Bewegung gemacht, als hätte er eine Knarre in der Hand. Also all solche Dinge schienen den Plattformen zu weit gegangen zu sein. Wobei er da ja auch mal so eine Bild-Inhaltsschere dann macht. Also er macht eine Pistolenbewegung und sagt, wir werden dich holen. Du kriegst es auch noch ab. Du kriegst es auch noch ab, aber er selber sagt dann immer, wir werden dich mit unseren Informationen kriegen und deutet dann aber eine Waffe an vor der Kamera. Info-Wars, ne? So, und das ist genau eben der Aufruf zum Gewalt. Und Hate Speech, das ist ja die beiden großen Begriffe, auf die sich jetzt alle Plattformen, die ihn zunächst mal gesperrt oder vom Netz genommen haben, zurückgezogen haben. Die gesagt haben, Verbreitung von Hate Speech, also gegen Minderheiten, das hat Alexa gerade schon gesagt. Und Gewalt eben im Sinne von solchen Andeutungen. Da muss man nochmal sagen. Die dann seine Anhänger aber aufgreifen. So, das muss man nämlich sagen. Er ist ja, man muss das nochmal sagen, das ist kein dummer Mensch. Das ist ein knallharter Geschäftsmann. Ganz offensichtlich verdient er richtig Asche mit seinen Produkten. Und er kommt aus dem journalistischen Kontext. Also er legt ja schon sozusagen gedanklich das genau so aus, dass er damit durchkommt. Und er scheut sich ja auch nicht davor, bevor er dann in sein Portemonnaie fassen muss, wie bei Pizzagate, dann zumindest justiziabel zurückzurudern. Aber den Schaden, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Alexa hat das schon damit angerichtet, dass es natürlich dann verblendete Gefolgsfolge, da sind wir wieder bei den Rezipienten, die dann unter Umständen nicht nur Alex Jones hören, sondern anfangen zu googeln und ganz viele andere Internetseiten finden, wo auch so ein schwachster Verbrechen wird. Das kann konkrete Auswirkungen haben. Wir haben das damals schon viel zitiert bei Pizzagate, mit dem Menschen, der dann in das Restaurant stiefelt und mit der Waffe um sie schießt, weil er da irgendwelche Kinder befreien will. Wir haben das bei Sandy Hook ganz massiv, weil nämlich durch Alex Jones und andere, die eben diese Verschwörungstheorien verbreiten, das Gewaltpotenzial so groß geworden ist, dass da die armen Eltern, die Kinder verloren haben, mit Morddrohungen überzogen werden, den Wohnsitz wechseln müssen, weil sie sich ja im Prinzip gejagt fühlen von diesen Anhängern. Also das hat ganz konkrete gesellschaftliche Auswirkungen, was dieser Mensch anrichtet. Und das ist ein Potenzial, was man nicht unterschätzen darf. Und insofern halte ich, wir kommen natürlich nochmal auf die Nachteile gleich zu sprechen, halte ich erstmal diese Entscheidung, die da getroffen wurde, vor diesem Hintergrund für durchaus vertretbar. Es ist aber extrem schwierig und da können wir vielleicht nochmal ein wenig über die Situation von sozialen Netzwerken generell sprechen. Wir haben das Problem, dass soziale Netzwerke für viele User inzwischen fast mit dem Internet gleichzusetzen sind. Man differenziert gar nicht mehr, ob man auf Facebook ist oder auf einem Newsportal, denn auf Facebook werden einem ja auch Artikel angezeigt. Und wir haben dann das Problem, dass es sich hier aber nicht um das demokratische Internet in sozialen Netzwerken handelt, um das wirklich offene Internet, weil jeder kann im Prinzip zunächst mal alles ins Netz stellen. Man muss dann immer schauen, wo sind die rechtlichen Grenzen. Und in amerikanischen Konzernen und in Amerika selber und im amerikanischen Ethos ist der Punkt der Meinungsfreiheit ein ganz elementarer Punkt. Und Amerika ist im Grundsatz viel, ich will gar nicht sagen toleranter, aber viel, kann viel mehr andere Meinung ertragen, als wir zum Beispiel das eventuell in Deutschland können. Das heißt, so ein Konzern wie Facebook sagt, wir haben das Recht auf Meinungsfreiheit und jeder kann das erstmal tun, solange wie es dann nicht zu Gewalt aufruft, diskriminierend ist, da gibt es dann irgendwann Grenzen. Aber die sind anders, als wir vielleicht für den deutschen Ethos das haben. Und insofern ist es ganz schwer nachzuvollziehen, warum dann so jemand wie Alex Jones so lange in diesen Netzwerken rumhanschen kann. Also erstmal haben diese Seiten, die ihn da verbannt haben, Hausrecht. Das heißt also, sie können Leute verbannen, wenn sie gegen ihre Regeln verstoßen. Der Witz ist, das habe ich kürzlich noch gefunden, am 8. August war auf der Seite von Infowars noch zu lesen, also erstmal ein Aufruf, nichts zu posten, was irgendwie verleumderisch, schädlich, bedrohlich, abusive und so weiter ist. Or otherwise illegal oder auf andere Art illegal. Und dann steht da drunter noch, Remember, you are a guest here. It is not censorship if you violate the rules and your post is deleted. Das steht auf der Seite von Infowars. Ironie von der Geschichte ist natürlich, dass er dann nach den selben Regeln sozusagen bei den anderen Seiten und Plattformen rausgeflogen ist. Genau, also wir dürfen Sachen von dir löschen, das hat nichts mit Zensur zu tun. Und was natürlich jetzt passiert ist, also um nochmal deutlich zu machen, Löschung, Sperrung, vom Netznehmung, wir müssen mal verfolgen, wie das weitergeht mit Infowars und Alex Jones auf den verschiedenen Plattformen. Ideal natürlich für ihn, daraus jetzt die nächste Verschwörungstheorie zu strengen. Also er ist jetzt natürlich ein Opfer, er stilisiert sich zum Märtyrer und er soll mundtot gemacht werden, weil er die Wahrheit verbreitet. Das heißt, relativ schnell, nachdem er überall geschwerft wurde, hat er wieder so ein ewig langes Video gepostet, wo er sich zum Opfer stilisiert und sagt... Auf seiner Seite, ne, Infowars, da kann er natürlich nachher vor machen. Machen, was er will. Und sagt dann, hier ist der Beweis, dass an all den Sachen was dran ist und jetzt müssen die großen Konzerne, Google und wie sie alle heißen, dafür sorgen, dass ich vom Netz genommen werde. Aber ich lasse mich nicht mundtot machen. Kauft und dann tatsächlich der Punkt, kauft meine Produkte, damit auch ihr wach bleibt. Also sofort in diesem Stellungsnahme-Video dann der Hinweis, dass man sich dringend davor schützen muss, weil wenn er jetzt auf YouTube nicht mehr ist, dann muss man eher noch mal eine Pille mehr nehmen, um nicht eingelullt zu werden. Und daran kann man eigentlich wunderbar ablesen, warum so eine Verbannung aus den sozialen Medien eine durchaus zweischneidige Sache ist. Also ich muss sagen, selber habe ich mich ein bisschen gewundert, warum Twitter da das Ganze so anders gehandhabt hat. Die haben sich lange, lange, lange dagegen ausgesprochen, ihn zu verbannen, weil sie gesagt haben, gegen unsere Regeln verstößt er nicht. Also wir legen das Ganze noch liberaler aus. Bei uns hat er nichts Schlimmes gemacht. Dann haben sie ihn für eine Woche gesperrt. Jetzt inzwischen postet er da wieder fröhlich vor sich hin. Es ist natürlich so, dass man mit all diesen Dingen Verschwörungstheoretikern nicht beikommen kann. Natürlich schränkt man erst mal so die unmittelbare Sichtbarkeit dieser Leute ein. Wenn die dann erst mal weg sind, dann ist jemand, der irgendwie auf Facebook unterwegs ist, nicht sofort in der Lage, da auf Alex Jones zu stoßen vielleicht. Aber damit dämmst du das Problem ja nicht ein. Das ist, als ob du irgendwie einen Schnupfen hast und Nasenspray nimmst. Dann kannst du erst mal wieder freier atmen. Aber der Schnupfen geht halt nicht weg. Und es hat so was von, wenn es verboten ist, gucke ich doch extra noch. Also es ist ja nicht verboten. Es wird nur nicht mehr verbreitet. Das muss man ja auch noch mal sagen. Durch diese Netzwerke. Aber das kriegt dann sofort so den Roches von. Underground. Das muss man angucken. Also was ist denn mit, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, mit Computerspielen, die auf dem Index gelandet sind oder Musikalben von den Ärzten. Wenn ein Album auf dem Index war. Ja, dann musste man doch dieses Album noch mal mehr haben. Auch wenn man die Musik gar nicht so toll fand oder die Band gar nicht kannte. Aber das war, wenn einer sagt, hier, das Album ist auf dem Index. Verbotene Kinofilme. Genau. Dann musste man das ja unbedingt gucken. Und das ist natürlich das zweischneidige Schwert heute in den sozialen Netzwerken. Irgendwie ist alles auf Facebook. Vom Nagelstudio um die Ecke bis zu DHL und was weiß ich, wer alles sich auf Facebook rumtreibt. Innenministerium. Das Innenministerium, Politiker. Alle sind in den sozialen Netzwerken und es ist eigentlich so, dass man ja eher jetzt schon wieder Abwanderungstendenzen feststellt, dass also jetzt so Leute aus Twitter rausgehen und in andere Netzwerke, die eigentlich schon alt sind, aber jetzt wieder neu entdeckt werden, reingehen und sagen, oh, hier ist es viel schöner, hier ist der Ton viel angenehmer. Naja, klar, weil die ganzen Vollidioten da wieder ein paar Monate oder Jahre hinten dranhängen, bevor die da alle reinströmen. Also, wenn dann was rausgenommen wird aus dem Alltag, aus dem schreienden Alltag der sozialen Netzwerke inzwischen ist und mit jedem Klick, den man mal irgendwo geleitet hat, wird das ja schreiend und lauter. Und das ist das Geschäftsmodell von Facebook. Facebook will uns Werbung zeigen. Facebook will nicht, dass wir mit unseren Verwandten und Freunden kommunizieren können. Das interessiert Herrn Zuckerberg, ein Scheißdreck. Der will uns Werbung um die Ohren hauen und in der Hoffnung, dass wir dann bei seinen Werbekunden was kaufen und da draufklicken. Darum geht es bei Facebook. Das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Das sind ja keine Menschenfreunde. Wenn dann was verschwindet, ob das Signal richtig ist oder nicht, ist fragwürdig. Problematisch ist eben am Ende, dass es so eine laute, unter Umständen für gewisse Leute auch charismatische Stimme wie Alex Jones gibt, der alle Verschwörungstheorien auf sich vereint. Also der ist wirklich, wer unser Mussmann-Wissen-Buch oder den Film gesehen hat, der ist wie Stoll, der vereint alle Verschwörungstheorien auf sich, der hat für alles Antworten, nicht nur für Amerika, auch für die ganze Welt und ist auch noch in der Lage, sozusagen die Lösung, nämlich seine Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Und die Leute laufen ihm immer weiter zu. Wir haben einen steigenden Nationalismus, einen Rechtspopulismus und da sind natürlich so Figuren wie Jones einfach gefährlich, weil man sie jetzt ganz einfach konsumieren kann. Also wenn wirklich Recht hätte, wer schreit, dann hätte Alex Jones tatsächlich die Wahrheit gepachtet. Weil niemand bullshittet dich innerhalb kürzester Zeit mit so lauter Stimme, so zu, dass du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Also da hat er schon namenhafte BBC-Journalisten vor laufender Kamera einfach nur noch zum Kopfschütteln gebracht. Einer hat dann, Andrew Neal hieß der, das war 2013, am Ende nur noch gesagt, während Jones im Hintergrund weiter rumschreit, ja Freiheit, keine Ahnung, wie auch immer, Braveheart, sagt er nur, es tut mir leid, wir haben einen Idioten in der Sendung heute, weil ihm einfach nichts mehr eingefallen ist. Also anders kann man da gar nicht reagieren. Zwei Dinge wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Einmal eine nette, sehr merkwürdige Begebenheit im Zusammenhang mit dem Social Media Band von Alex Jones, der hat sich wohl, als das alles sich so entwickelte, bei Tumblr eine Seite gemacht oder eine, die Bestand aber nicht genutzt wurde, dann wieder aufleben lassen, weil Tumblr wohl im Gegensatz zu Facebook noch eine viel laxere Politik fährt. Also die rufen sogar dazu auf, wenn jemand jetzt Anstößiges postet und schreckliche Dinge, dann rufen sie dazu auf, das argumentativ zu entkräften, anstatt dann sofort zu melden und zu denunzieren, also quasi sich selber aktiv zu engagieren. Und dahin hat wohl Alex Jones sich aufgemacht, um seine Anhängerschaft auf eine neue Plattform zu locken und hat dann aber sang- und klanglos drei Tage später die Seite wieder dicht gemacht. Und das waren dann jetzt natürlich wilde Spekulationen, warum er dann einfach da wieder verschwunden ist. Und es heißt, es ist jetzt nicht wirklich belegbar, ob es tatsächlich so gewesen ist. Es gibt da irgendwie so eine Seite, die nennt sich Just Some Antifaz. Und die haben eine Sprecherin, die dann meinte, sie hätten quasi mit Engagement und ja, im Prinzip mit Harassment. Also das heißt, die haben ihn richtig fertig gemacht, Alex Jones eben mit seinem Infowars von Tumblr vertrieben. Das heißt also, die haben im Prinzip ausgenutzt, dass man da nicht zensiert wird oder sonst wie beschnitten wird in seiner Sprache und haben ihn so richtig fertig gemacht und ihm sozusagen seine eigene Medizin mal zum Schmecken gegeben. Vielleicht so als ganz interessante Randnotiz nochmal zum Thema Social Media Ban. Auf Twitter ist er jetzt wieder aktiv und heute am 28. August 2018 ging es bei ihm auf Twitter um eine neue Verschwörungstheorie von Donald Trump, der ja immer die Schuld bei allen anderen sucht, nur nicht bei sich selber und der im Moment politisch wirklich massiven Gegenwind bekommt. Also die Untersuchung von Müller zum Thema Verschwörung mit den Russen, um die Wahl zu beeinflussen, läuft weiter und fördert immer weitere Ergebnisse zutage. Sein Anwalt Cohen hat sich sozusagen aus dem Staub gemacht und kooperiert jetzt und packt einige Dinge aus. Da geht es um Wahlkampffinanzierung, die kriminell gelaufen ist, um die Schweigegeldzahlungen an diverse Frauen, die überhaupt mit Trump Affären zu haben. Kurzum, es geht ihm richtig politisch an den Kragen. Jetzt hat eine Dame, eine Journalistin, die auch ziemlich konservativ ist, sozusagen herausgefunden, wenn man Trump und News eingibt, dann sind die ersten Treffer ihrer Meinung nach ziemlich linksgerichtete Medien. Also das, was Donald Trump immer, weil es ihn kritisch sieht, als Fake News Media bezeichnen würde. Diese Frau Bulliard hat da einen Artikel drüber geschrieben. Fox hat diesen Artikel aufgegriffen und Donald Trump wiederum den Bericht von Fox. Und jetzt ist also seine Meinung, irgendwie, wenn man mich googelt, dann kommen da nur negative Sachen raus und die konservativen Stimmen, die mich lobpreisen, die werden irgendwie unterdrückt. Kurzum, es gibt jetzt eine Google-Verschwörung gegen Donald Trump. In diese Kerbe haut auch am heutigen Tag Alex Jones und hat ein Live-Video gemacht zu diesem Thema, wo er natürlich genau diese Verschwörungstheorie unterstützt. Er hat ja selber wahrscheinlich ziemlich einen Beef mit Google und ist da also nicht gut drauf zu sprechen. Und insofern ist es ihm natürlich ein leichtes und wahrscheinlich eine Freude, in diese Kerbe zu hauen. Und das war so seine Aktivität am heutigen Tag. Was bleibt im Jahr 2018 im Kontext von Verschwörungstheorien ist, dass die Lage nicht einfacher wird, die Lage wird deutlich komplizierter. Wir stehen vor einer Zeit, wo Rechtspopulisten, Verschwörungstheoretiker, Geschäftemacher, Strategen, wenn wir uns Bannon mal angucken, alle in der Lage sind, das Internet zu benutzen. Diese Menschen sind nicht dumm, diese Menschen sind sehr klug. Sie wissen auch unter Umständen sehr gut, wie sie die Dinge manipulieren können, Gute Journalisten können auch mit falschen Informationen bewusst oder unbewusst ganz andere Zielgruppen erreichen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man versucht, glaube ich, in den sozialen Netzwerken, wie auch im echten Leben, immer Verschwörungstheoretikern zu begeben mit einem gewissen Maß an Kritik oder zumindest mal den Hinweis auf eine Alternative, vielleicht auch reale Sicht auf die Dinge zu geben. Ich glaube, wozu man sich nicht hinreißen darf, und das beobachte ich auch manchmal als so überbordende Aggressivität, das ist meistens nicht so gut. Also wenn ich mich da auf irgendwelche Duelle einlasse, versuche ich zunächst mal immer sehr, sehr sachlich zu bleiben und bin da lange sehr genügsam und ich werde eher nicht beleidigen, sondern irgendwann herablassend. Das habe ich ein, zwei Mal schon getan. Wenn dann Leute ganz klar nicht auf Sachargumente eingehen wollen, dann muss man sie ein bisschen ins Lächerliche ziehen, damit das Umfeld vielleicht realisiert, was das für Menschen sind. Aber ich finde, mit Hass oder Gewalt sollte man da nicht agieren. Nee, aber man sollte sich absolut darüber im Klaren sein und immer wieder vor Augen führen, dass wir in einer Demokratie alle eine Stimme haben. Und diese Stimme können wir nutzen, die müssen wir nutzen. Und da kann sich auch keiner rausreden und sagen, bringt doch eh nichts, meine Stimme zählt nicht. Bullshit, tut sie. Also aufstehen, rausgehen, was machen, wählen gehen, sich irgendwie beteiligen, weil anders wird es nicht besser, anders wird der ganze Sumpf nur noch tiefer und brauner und dreckiger. Genau, Alex Jones. Könnt ihr euch überlegen, wenn ihr ihn nicht kennt, ob ihr euch das angucken wollt. Ist anstrengend und echt schwerverlautliche Kosten mitunter, insbesondere nochmal das Beileid von uns an all die Angehörigen von Sandy Hook, den da natürlich um ganz übel mitgespielt wird gerade aktuell. Ich denke, wir schließen das an der Stelle mal ab und du klärst jetzt mal die Geschichte mit der russischen Firma, die Donald Trump ganz toll findet oder auch nicht. Auf. Die Auflösung Um es an dieser Stelle ganz kurz und knapp zu machen, so unglaublich es doch erscheint, dieser Tage ist tatsächlich alles möglich und die Welt steht Kopf und der Kopf von Donald Trump ziert nun die Produkte von Ural Asbest, spreche ich jetzt bestimmt falsch aus, auf jeden Fall eine russische Mining Company, die Asbest vertreibt und Donald Trump approved sozusagen als Stempel auf ihren Produkten hat und damit auch sicherlich nicht falsch liegt, denn sie brüsten sich damit tatsächlich, dass der amerikanische Präsident sozusagen ihr Produkt ganz großartig findet und sie dann eben damit Werbung machen können. Was damit zusammenhängt, dass Donald Trump, der ja mal ursprünglich aus der Bonbranche im weitesten Sinne kommt, tatsächlich in den Vereinigten mal erklärt hat, dass Asbest gar nicht gesundheitsschädlich ist, man das durchaus wieder einsetzen kann im Bau, das sei auch alles Fake News, Asbest ist gar nicht schädlich und das finden die, glaube ich, ganz gut, weil jetzt gerade die Absatzzahlen wahrscheinlich wieder steigen weltweit durch solchen Blödsinn, den Donald Trump verbreitet. Ja genau, vielleicht noch ganz kurz, Trump hat nämlich 1997 in seinem Buch The Art of the Comeback geschrieben, dass sozusagen die Bewegung gegen Asbest von der Mafia angeführt wurde, weil es oft irgendwie Mafia-Firmen waren, die Asbest, ja, Beseitigung durchführen konnten, also auch da wieder eine Verschwörungstheorie und somit schließt sich vielleicht der thematische Kreis der heutigen Sendung. Kommen wir zum Gewinnspiel, darauf müssen wir jetzt ja nochmal eingehen, das Ganze können wir hier machen in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Deutschland, die uns zwei Eintrittskarten für den Kinofilm Slenderman zur Verfügung gestellt haben. Huxilla-Hörer werden sicherlich wissen, dass wir uns schon mal ausführlich mit dem Thema Slenderman beschäftigt haben und wer das noch nicht weiß, im Prinzip ziemlich genau vor zwei Jahren ist der erste richtige Roman von der Hoaxmasters erschienen, Alexa, das ist übrigens im August 2016 gewesen, ich weiß gar nicht, ob du das auf dem Schirm hast, findet ihr auf unserer Homepage, dunkle Wurzeln, hast du zusammen mit Jana Menschig geschrieben in der Kollaboration und da geht es irgendwie auch um den Slenderman ein Stück weit, also wer da Interesse hat, quasi den Slenderman in Deutschland zu erleben, mehr will ich da echt nicht spoilern, kann das Buch sich anschauen und ja, aus diesen Gründen oder warum auch immer haben wir jetzt also diese Karten erhalten und wir haben uns und das ist der Grund, warum die Folge nicht Sonntag erschienen ist, am Wochenende noch den Slenderman angeguckt, gestern war ich beruflich verhindert aufzunehmen, deswegen machen wir das heute und ich sage mal so, wenn man sich mit dem Phänomen Slenderman beschäftigt und so etwas erwartet, wie so ein Maxi-Fan-Film zum Thema Slenderman, ich glaube, dann ist man ganz gut bedient, weil alle Versatzstücke, die man so im Netz vom Slenderman findet, werden im Film abgehakt, jetzt muss ich aber auch gestehen, dass ich absolut kein Fan des Horror-Genres bin, also ich habe so gut wie noch gar keine Horror-Filme in meinem Leben gesehen und ich weiß, ich kann einfach nicht beurteilen, ob jemand, der dem Horror-Genre richtig anhängig ist, den als Horror-Film gut findet oder nicht, ich glaube, wenn Slenderman interessant oder witzig findet als Figur, der dürfte auch den Film interessant sein. Also, wenn ich jetzt mal mich selber als Maßstab nehme, ich bin wahnsinnig empfindlich, was Horror-Filme angeht, ich bin super schreckhaft, ich habe bei The Ring irgendwie im Kino Panikattacken gekriegt und so, ich konnte mir diesen Film angucken, ich habe mich gefreut und amüsiert über die Anspielungen auf die Net-Law, die ich im Film gefunden habe, insofern, du sagst das ganz richtig, also, wer davon ausgeht, so einen 90-Minuten-Slenderman-Film ein bisschen wie Marble Hornets mit einem gestrafften, kohärenten Drehbuch zu finden, der wird sicherlich belohnt werden, insofern fand ich es auf jeden Fall unterhaltsam im Kino, als echter Slenderman-Fan und es wird sogar hinterher auf den Urheber des ganzen Slenderman-Mythos hingewiesen und da kommen wir jetzt nämlich dann schon langsam zu unserem Gewinnspiel. Genau, also nagelt uns nicht fest, wenn ihr in den Film geht und hinterher sagt, ich habe alle Horror-Filme, die jemals gedreht wurden, gesehen und ich fand den ganz furchtbar schlecht als Horror-Film, bitte nicht, aber wer sagt, ich finde den Slenderman spannend und Alexa hat sich intensiv, also auch für den Roman mit dem Slenderman beschäftigt und wenn sie sagt, dass da ist schon ganz viel abgehakt, dann kann man sich glaube ich darauf verlassen, dass man da zumindest zufriedengestellt wird und ich, der zumindest ein Stück weit mich mit der Slenderman-Law beschäftigt, fand es zumindest visuell ganz witzig alles umgesetzt, was man da im Film gesehen hat und kommen wir jetzt zur Gewinnspielfrage und da ist nochmal der Hinweis, dass wir das Gewinnspiel, weil ihr müsst ja auch noch die Karten kriegen und dann auch die Chance haben, ins Kino zu gehen, das heißt bis zum Sonntag, 2. November, 2. September 2018, 23.59 Uhr, also wer Montagmorgen um 0 Uhr was schickt, der hat Pech gehabt, teilt uns doch bitte mit, wo der Slenderman entstanden beziehungsweise das erste Mal aufgetaucht ist. Das kann man relativ einfach herausfinden, im Zweifelsfall hört man nochmal die entsprechende Huxler Podcast Episode zu diesem Thema oder recherchiert ein bisschen, da setzen wir mal auf euch, dass ihr da ein bisschen wissenschaftlich kritisches Vorgehen gelernt habt und wenn ihr uns also das Jahr und den Ort mitteilt, wo man den Slenderman sozusagen identifizieren kann, da ist er das erst mal aufgetaucht, dann schickt diese Information bitte mit eurer Anschrift an info.huxler.com und als Betreff benutzt bitte Slenderman und unter allen Einsendungen verlosen wir einmal zwei Eintrittskarten für den Film, die wir euch dann per Post zustellen und dann könnt ihr euch diesen Film anschauen und könnt hinterher überlegen, ob unsere Einschätzung und Rezension des Kinofilms richtig war oder nicht. Also nochmal bis zum 2.9.2018 an info.huxler.com mit dem Stichwort Slenderman schreiben und dann habt ihr die Chance auf einmal zwei Eintrittskarten, damit ihr da zu zweit reingehen könnt, ist wahrscheinlich immer lustiger bei Horrorfilmen. Ja, Horrorfilme muss man schon mindestens zu zweit angucken. Genau, wir sagen nochmal Danke an Sony Pictures Deutschland für die Möglichkeit, dass wir die Karten verlosen dürfen. Danke sagen ist übrigens sowieso ein gutes Stichwort. Wir haben in der letzten Episode schon einmal darauf hingewiesen und ihr wisst es sicherlich, dass jetzt im September die letzten beiden Episoden von Huxella TV erscheinen werden. Für all diejenigen, die das nicht geguckt haben, das ist sicherlich einer der Gründe, warum der Podcast so ein bisschen geruht hat, weil viel Energie in dieses Videoprojekt gelaufen ist und ihr merkt schon, es kommen plötzlich wieder mehr Podcast-Folgen von Huxella. Da wir natürlich ein wenig auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, aber der Huxella Podcast kostenfrei bleibt, haben wir in der letzten Episode schon einmal dazu aufgerufen, dass man uns bei Patreon unterstützen kann oder bei Paypal oder wie auch immer. Steady. Genau und jetzt neu hinzugekommen ist Steady, das werde ich auch verlinken. Steady hat den großen Vorteil im Gegensatz zu Patreon, dass ihr dort per Paypal oder aber auch per Überweisung sogar zahlen könnt. Und ja, guckt euch das mal an. Für all diejenigen, die uns da unterstützen, gibt es so kleine Gimmicks, die wir bereitstellen. Wir fangen an, so ein Videotagebuch immer mal wieder zu drehen. Es gibt Making-Offs, die wir dann diejenigen zur Verfügung stellen, die uns unterstützen. Das ist so ein bisschen der Blick in das Huxella Hauptquartier. Ihr kriegt einen Eindruck davon, was wir hier so treiben, wenn ihr uns nicht hört, sondern andere Dinge drumherum und aber auch, wie es entsteht, dass ihr uns hören könnt. Und das sind eben dann genau die Gimmicks, die wir unseren Hörern, die uns unterstützen zur Verfügung stellen wollen. Und an dieser Stelle erst mal vielen, vielen Dank für all diejenigen, die uns so tatkräftig unterstützen. Und auch vielen, vielen Dank an euch da draußen für das super positive Feedback, was wir so in der letzten Zeit bekommen haben, seit wir beschlossen und verkündet haben. Beschlossen haben wir es ja schon vor längerer Zeit, aber seit wir auch verkündet haben, dass wir wieder mehr podcasten wollen. Danke, dass ihr uns das so positiv spiegelt, unsere eigene Motivation wieder mehr zu podcasten. Wir haben super viel Bock da drauf. Ich wage jetzt einfach mal auch für dich zu sprechen, also auch vor dem Hintergrund, dass ja lange Zeit einfach der Huxella Podcast ein bisschen unter unserem Pensum gelitten hat, was wir sonst noch so hatten. Aber jetzt ist wieder die Zeit für mehr Podcast und ich möchte es nicht missen. Ich finde es ganz toll und ich freue mich selber schon auf das Aufnehmen der nächsten Folgen. Und nachdem jetzt letzte Episode oder die letzte Episode ja ein wenig, also es war ein Crossover, da ging es um religiöse Fragen. Jetzt ging es nochmal um soziale Netzwerke Alex Jones. Und wir wissen, dass ihr natürlich auf die etwas, sagen wir mal, mystischen und gruseligen Episoden steht. Alex Jones war jetzt nochmal ein wenig der Aktualität geschuldet, aber das haben wir auf dem Schirm und ihr könnt sicher sein, dass wir auch von euch übrigens vielen Dank auch für die ganzen Einsendungen, die wir jetzt im Moment wieder bekommen, dass wir wieder ein wenig auf das, was das alte Huxella, wie manche sagen, wir haben immer ganz viele Themen gemacht, aber es kommen jetzt auch mal wieder so ein paar gruselige und spooky Episoden. Slenderman mäßig halt. Genau, da haben wir einige Sachen auf dem Schirm, das kommt als nächstes und wir versuchen im Moment noch nicht bitte messen, aber wir versuchen irgendwann dann uns wieder einzubinden, dass es so zwei Episoden im Monat von Huxella wieder geben soll, auch für diejenigen, die uns jetzt unterstützen wollen, irgendwie, dass ihr auch ungefähr eine Maßgabe kriegt. Guckt es euch vielleicht noch ein, zwei Monate an und wenn ihr dann meint, die kriegen das tatsächlich wieder hin, das finde ich gut und da ist wirklich auch klein viel, also jeder Euro, jeder Cent, den ihr uns da in den Hut reinschmeißt, hilft uns ganz ungemein, das ist einfach großartig. Natürlich haben wir einen ganz festen Hörerstamm, der uns ganz, ganz lange schon unterstützt, aber wir haben jetzt auch nochmal, wie du gerade sagst, nicht nur positives Feedback im Sinne von Mails, Themenvorschlägen, Tweets oder auf Facebook-Nachrichten oder was auch immer mitbekommen, dass ihr sagt, ja super, schön, dass es wieder mehr Podcasts gibt, sondern tatsächlich auch Leute, die auf diesen Aufruf reagiert haben, gesagt haben, okay, ich schmeiße euch auch was in den Hut rein und für all diejenigen, die das nicht können, uns etwas in den Hut reinschmeißen, auch da kriegen wir immer mal wieder eine kleine Nachricht, wo ihr mir sagt, ich habe einfach nicht die Kohle, das ist überhaupt nicht schlimm, allein diese Nachricht und der Gedanke, dass ihr euch damit beschäftigt, ist auch super und vielleicht habt ihr eine schöne Story der Woche, die ihr uns schickt oder ein schönes Thema, was ihr rausgesucht habt, das ist alles, alles völlig legitim und Huxilla ist kein Bezahlangebot, sondern Huxilla wird nach wie vor im Sinne des wissenschaftlich-kritischen Denkens und der Aufklärung ein freies Angebot sein, aber wer helfen will, dieses freie Angebot zu unterstützen, kann das tun, ganz freiwillig. Aber Pillen verkaufen wir nicht. Den Gedanken habe ich auch gerade gehabt, meine liebe Frau, genau das wollte ich gerade sagen, wir werden aber keine Nahrungsergänzungsmittel vertreiben, es sei denn, ihr wollt das und dann überlegen wir uns das und in diesem Sinne. Zahnpasta mit extra viel Fluorid. Extra viel Fluorid, auch schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, freut euch auf die nächste Episode, die dann irgendwann Anfang September kommen wird, würde ich jetzt mal einfach behaupten, oder im September, sagen wir es mal so, ich bin nochmal vorsichtig und viel Erfolg beim Gewinnspiel, wir drücken euch allen die Daumen und werden dann auch relativ zeitnah bekannt geben, wer gewonnen hat. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf oder liked uns auf Facebook. Wir sind inzwischen auch beim Mastodon, wer nicht weiß, was das ist, nicht schlimm, aber wer es weiß, auch da kann man uns unter unseren gängigen Namen finden. Schreibt uns eine Mail. Bei Tumblr sind wir noch nicht. Tumblr sind wir noch nicht. Und ja, die Internetseite, Kommentare gehen im Moment nicht, wir sind dran. Die soll auch demnächst neu gemacht werden. Noch ein bisschen Geduld, wenn ihr unbedingt was loswerden wollt, schreibt uns eine E-Mail, info.huxilla.com. Danke, macht's gut da draußen, euch eine gute Zeit und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben, aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.huxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcastseiten, die uns führen.